Dann mal denke ich mal auf jeden Fall, hundertprozentig, weil du gerade zwei Spieler gesagt hattest. Ich weiß halt nicht, ob wir dann vielleicht auch nochmal, ich will es halt dann mal probieren, ob es dann halt nochmal klappt jetzt oder wirklich dann damals, du es daran lag, dass wir das in Amt gebrochen haben. Dieses Portal 2 Let's Play ist auf jeden Fall auch nochmal aufgreifend, wenn du da auch mal Lust darauf hättest. Ja klar, klar, können wir machen. Ich weiß nicht, ob das da überhaupt dann dran lag, dass man YouTube irgendwas dagegen hätte, dass man das dann irgendwie hochladen und nicht das hochladen oder sowas. Wenn die dann irgendwas dagegen hatten, schweißvoll, sie war es das wohl. Müssen wir dann mal gucken, ob man das dann machen können nochmal. Oder ob die dann immer noch was dagegen haben. Oder du das dann vielleicht aufnehmen soll, wäre mir auch egal. Ja, das ist ja eigentlich egal. Ja klar, können wir machen, können wir machen. Aber dann mal auch wollen, später mal. So diese Zukunftspläne da schon mal. Ja, das finde ich schon richtig gut, dass wir schon Zukunftspläne machen. Das finde ich richtig gut. Zuerst die Gerüchte. Charon wird vermisst. Die Richter urteilen nicht. Dann, diese Dämonen sind auch nicht die alten Dämonen. Diese Wächter und Karawanen mit bewaffneten und unfreundlichen Dämonen, die nach... Ja, wohin fahren sie? Das weiß ich auch nicht, wohin fahren die denn? Das weiß ich nicht so. Das wissen wir leider nicht so, oder? Das wissen wir auch nicht, oder? Wohin die fahren? Nö, ich muss nur noch ein bisschen was ablegen, auf jeden Fall. Du hast aber nichts mit diesen Dämonen. Oh ja, ich auch. Weiß ich nicht, ob ich mit dem was zu tun habe. Ja. Kann ich noch was zusammensetzen? Oh, ich kann noch was zusammensetzen. Ich habe Essenz von Achilles Tapferkeit jetzt vollständig. Cool. Sehr gut. Kannst du das Fleisch sogar klein nehmen, oder? Ähm, ja. Kann ich machen. Oder ist das das? Ach nee, ist was anderes. Das ist das Gaunerei des Affenkönigs. Ist das das gar nicht. Oh, aber ich kann wenigstens noch Äh, Scheng Nongs, äh, Dunkle Medizin nochmal zusammenfügen. Das habe ich nochmal. Jetzt kommt nochmal der langweilige Port wieder, das SLPs. Und wir wieder hier, äh, umsuchen. Muss doch sein, Toni. Oh, das habe ich schon voll. Aber hey. Kodex von Hamurabi, habe ich schon voll. Brauchst du noch zwei Stück Kodex? Das habe ich schon voll, das Ding. Achso, ja, dann immerher damit. Das kann ich dir schon mal rübergeben. Essenz des Horus von Ucha, das habe ich auch schon komplett. Oh, weil ich das hier schon komplett habe. Das ist ja der Wahnsinn. Drei und zwei sind da fünf. Äh, Hydro, äh, Hydro, was? Hydradonenhaut. Oh man. Oh man, oh man. Ich habe mich jetzt auch schon voll. Brauchst du noch irgendeine Essenz oder so? Äh, Essenz für mehrere, denke ich mal. Ja, sag mal, welche. Ich kann dir erstmal Hammurabi geben, bitteschön. Okay, danke. Das habe ich nämlich schon voll. Und jetzt habe ich nämlich auch schon voll, äh, Hydradonenhaut. Macht nämlich 75 Leben und, äh, plus 20% Schadensresistenz gegen Bestien. Und nochmal extra, wegen Vollständigkeit nochmal 10% Kältewiderstand. Ja, das passt so eigentlich, ne? Ist sicher gut schon, ja. Ist schon zum Skal. Okay. Hab ich nicht, okay. Essenz von Ares Zorn habe ich jetzt auch komplett. Oh, Spektralmaterie, hast du das nicht vorgemacht? Ja, das hat sich, äh, ich hab was vorletzte. Oh, es macht sogar elf Intelligenz. Geil. Ja, das wär was für dich. Oh, ich kann das nirgendwo anlegen, wie das alles rot. Wo geht denn das hin? Warte, äh, kein Ringe und Amulette erweitern. Ringe und Amulette, Ringe. Ringe, Ringe, was sind wir Ringe? Ach, hier oben Ringe. Ach, die da oben, die Ringe. Die da oben, genau. Der Ringe ist aber rot und der auf dem anderen Ringe ist schon was drauf. Nee, das geht nicht. Da kann ich schon noch zwei Mal Spektralmaterie geben. Das habe ich überfacht. Ratenlager für Sachen der Oberwelt. Danke. Der Ringe ist ebenso gut wie, wie da oben. Da war auch gerade irgendwas oben, hat er erzählt. Mir ist gerade entfallen. So, dann habe ich jetzt drei, das ist gut. Essenze, ja, ich brauche noch einige Essenze, die ich noch nicht vollständig habe. Ja, welche brauchst du denn noch? Äh, so. Äh, nur. Wohlstand des Rachenkönigs. Äh, warte? Was willst du schon mal zusammensetzen? Ich wollte, glaube ich, hier. Buch der Träume wollte ich auf jeden Fall zusammensetzen. Buch der Träume. Und was brauchst du dafür? Äh, Schriftrolle von Ornairos und Schleier der ewigen Nacht. Wer weiß, wo man es auch immer herkriegen mag. Das ist, glaube ich, ein Artefakt, ne? Das ist eine Schriftrolle halt und Schleier der ewigen Nacht. Das ist ein bestes Artefakt der Jahrstube. Ja. Ja, steht dahinter, Artefakt. Ja. Oh, Artefakte zu bekommen, ist eine harte Sache. Das ist halt Träne. Eine harte Sache. Ach, ich hab schon so viel in den Übergabenbereich. Ach, hier hab schon noch meine andere Rüstung. Oh, ich hab alles hier voll gemacht, schon hier. Ja. Oh, ich hab ja noch so eine Jadefigur hier drin. Brauchen wir das überhaupt noch? Äh, ich glaube nicht mehr. Hab so eine Jadefigur hier noch drin? Ob die noch brauchen überhaupt? Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht mehr. Also ich hab die, also ich hab die Jadefigur definitiv noch im Eventar noch drin. Falls wir die doch noch irgendwann brauchen sollten. Hm. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich hab die ohne im Eventar, ich hab die halt in der letzten Tasche hinten drin. Hm. So, Essenzen, naja. Ich glaub, das hast du so für Essenzen. Moment. Kann ich jetzt sofort sagen. Äh, ja. Essenz von Arrhellis Tapferkeit. Äh, Essenz von Archimedes Spiegel. Essenz von Blitzes Zeus. Von Hermes Sandana. Essenz von Arrhellis Tapferkeit habe ich 10 von 3. Ja, ich hab eine komplett. Ach so, okay. Ja, ich guck mal kurz. Hab ich noch eine übrig? Nee. Aber ich hab dreimal eine Essenz von Herakles Macht. Vielleicht kannst du das ja auch gebrauchen. Ich hab eine ähnliche Essenz nur von Herakles Macht. Eine ähnliche nur. Eine komplett oder? Nee, eins von drei. Ach so, ja. Ja, okay. Dann geb ich dir, dann geb ich dir davon eine. Okay. Äh, was hab ich denn noch komplett? Ja, Essenz von Prometheus Flammen. Essenz von Arno bis Zorn. Ich hab erstmal mein Schauraum erweitert. Für 500.000. Ja, das ist gut. Ich kann nicht mehr als Lauburn hier endlich. Essenz von Aris Zorn. Ja, ich weiß ja nicht, was du alles brauchst. Ich tue gerade erstmal hier ein bisschen. Also, das kann ich dir jetzt zumindest schon mal hundertprozentig geben. Ach so. Moment mal. Ich muss grad bingen. Bing, bing, bing. Ich nehm's grad hier aufräumen. So. Die Essenz kannst du haben, die ich jetzt gerade abgelassen habe. Du hast gerade einen Pups abgelassen? Oh, das ist aber nicht gut. Nein. Weil du gerade irgendwas von Ablassen gesagt hast. Ja, die Essenz. Ach so, du hast einen Ablasshandel gemacht. Ach, sag das doch. Auf Wiedersehen. Oh Mann. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Du hast aber nichts mit diesen Dämonen zu tun, oder? Ich hab eigentlich nichts mit Dämonen zu tun. Nee, ich dachte eigentlich nie. Weil mich gerade der Händler gefragt hat, ob ich irgendwas mit Dämonen zu tun hätte. Ich dachte eigentlich nie. So. Brauchst du noch Hermes Sandalen? Ich hab zwei noch Hermes Sandalen. Da hast du dann 10% mehr Bewegung. Ach so glaube ich nie, oder? Warte mal. Ich hab noch zwei Stück davon. Mal ein paar Tränke hier noch mit rein. Ah, ich kann dir eine noch geben. Dann hast du es komplett. Ist ja gut, wir haben mehr Bewegung dann. Moment. Wir sind dann mehr in Bewegung. Alles schön zu kloppen. So, bitteschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen, lebender Reisender. Ah, ich lebe noch. Wir können dir helfen, ja. Wir können dir helfen, ja. Schattenlager für Sachen von der Oberwelt. Geil, plus 15% Bewegung. Durchschlagstwiderstand. Dass ich wieder nirgendwo reinsetzen kann. Ja, ist doch gut. Nirgendwo reinsetzen. Nirgendwo. Mit den Dämonen möchte ich nichts zu tun haben. Ach so. Ja, das ist weniger gut. Bis bald sterblicher. Mein Lagerplatz ist ebenso gut wie wieder oben. Äh, das ist bald sterblicher. Alles kann rückgängig gemacht werden. Äh, der Verkäufer, der ist unten. Boah, hier gibt's Nebenaufgaben. Och, mach's, ey. Hallo. Aber ich will nicht, dass nur meine, äh, meine Patomschlag zurückgesetzt. Den brauche ich ja nicht. Den habe ich ja nicht gebraucht. Dornenhecken. Es ist beschlossen. Es ist nämlich beschlossen. Mhm. Okay, gut. Ja, hier unten sind die Händler. Boah, gibt's hier nebenaufgaben? Leck mich doch, ey. Leck mich, Fettmann. Ja, aber hallo. Nur kurz was. So, und das noch so, und noch so. Und so. Und die Händler sind jetzt, äh, also hab ich hier schon ein Portal gemacht. Ja, bestimmt. So. Leck mich, Fettmann. Gibt's hier noch Gespräche anzuhören? Oh ja. Ah, hier sind Händler. Okay, cool. Dankeschön. Ein Sterblicher. Ein Sterblicher. Ich kann dein Blut riechen. Und er kann mal ein Blut riechen. Ich erinnere mich an das Leben. Okay, wie auch immer er das machen will. Das ist schon lange her. Und er erinnert sich noch an sein Leben. Das ist aber schon lange her. So, ob ich mal wieder 500.000 erstmal. 500.000. Ja, dann gehen wir mal ganz systematisch vor, dass wir dann von oben nach unten alle Gespräche mal anhören. Bist du damit auch zufrieden, Toni? Ja. Gut. Das hol ich mir nochmal. Dann warte ich mal vor Leder der Schattenpriesterin. Auf dich. Das kann man. Moment. Ich hab nämlich mal gucken, ob es hier noch was Besonderes gibt. Ja, das ist ja kein Problem. Aber das nehme ich gerade ziemlich lang, weil ich es bestimmt. Könnte mal so sein, denke ich mal. Naja. Kommt drauf an, ne? Ach, ich hab schon so. Einst stand ich auf einem Berg. Einst standest du auf einem Berg? Das ist ja ein Wahnsinn. Ha. Äh, ja. Elementschild. Äh, das will ich haben. Und vernichtende Leere. Himmelszonen. Nee, vernichtende Leere ist schon gut so. Da will ich nämlich mal meinen neuen Skill ausprobieren, den ich jetzt habe. Gut. Und wie der, wie der voll cool aussieht. Wie der voll cool aussieht. Oh, geil. Wow. Äh, hab ich mal einen Ballen wachsen lassen. Geil. Sieht ja aus wie ein kleiner Obstgarten. Es ist nämlich die Dornhecke. Ein, ein schützendes Gebüsch aus Dorngewächsen entsteht um den Charakter. Der Gegner kann diese nicht durchdringen. Cool. Ach, äh, ist das, ist das eine Fähigkeit von der Meisterschaft Natur? Ja. Ah ja. Cool. Das ist mal eine Dornhecke. Da kann der nicht mehr durchkommen von den Gegnern. Und die tun schon überall weh. Praktisch. Und, blub. Okay. Äh, ach so, den Leder. Willst du nämlich hier die Schattenpriesterin ansprechen? Oder erstmal den, den Heulasten unten haben wir. Hat man den Heulasten gerade schon? Wir machen erstmal hier die, ist das nicht, ja, die gnädigste Frau erstmal. Vor dem Krieg der Olympia gegen die Titanen rang Zeus mit einem Titanen und warf im Zorn einen Blitz, sodass der Titan zu Asche wurde. Prometheus nutzte diese Asche, um die ersten Menschen zu erschaffen. Die übrige Asche gab er in eine heilige Urne, die nun hier in der Unterwelt aufbewahrt und von furchterregenden Wächtern behütet wird. Ich bin in den eloisischen Riten versiert und könnte die Asche präparieren, wenn ich sie hätte. Präpariert böte sie nämlich einen Teil der Kräfte des ursprünglichen Titanen. Boah. Ja, schein ist Titan. Boah. Du weißt, wie die Menschen entstanden sind. Boah. Wow. Okay. Ach, schein ist ein Titan. Oh, mein Elbwund tut es weh. Oh, ich muss mal was unterlegen. Oh, der Tisch ist immer so. Scheiße. So. Oh, aber. Diese langen Zock-Session sind wir mit dir. Wir nehmen doch schon fünf Stunden auf. Okay, dann zur nächsten Person. Die haben wir schon. Das ist nämlich die Audrey Dieke. Irgendwie so. Und, ja. Wie lange ist es schon her, dass ich meine Liebe Orpheus sah? Während ich auf ewig hierbleiben muss, wurde er aus dem Land der Toten verbannt. Und doch, wenn ich den Spiegel der Psyche hätte, wenn solch ein Ding wirklich existierte, dann könnte ich sein Antlitz erblicken. Man sagt, der Spiegel läge in der Höhle des Flüsterns. Wenn du ihn findest, würdest du ihn mir dann bringen? Hm. Die Höhle des Flüsterns. Was? Was?